Miley Cyrus will sich nun wieder auf die Musik konzentrieren. Sie hat einen neuen Song herausgebracht, und zwar mit dem Rapper Snoop Lyon. Der Song heißt Ashtrays and Heartbreaks. Das ungewöhnliche Paar veröffentlichte die Zusammenarbeit, während Cyrus gerade daran arbeitet, ihr neues Album herauszubringen. Sie singt in dem Lied, Meine Begeisterung ist nun vorbei, ich muss die Realität begreifen, Sie können mich nicht schwach sehen, ich brauche eine Pause. Der Popstar hat sogar ein Foto von sich auf Twitter gezeigt, wie sie in ihrem Auto das neue Lied hört. Und es scheint so, als ob sie auch etwas Neues für ihre Fans hat. Miley zeigte auf Twitter auch ein Foto von dem Mitglied von One Direction, Niall Horan, im Studio. Vielleicht arbeiten die beiden auch zusammen. Es gab Gerüchte, dass sie sich von ihrem Verlobten Lyam Hemsworth getrennt hat. Aber die Sängerin wurde dabei gesehen, wie sie wieder ihren Verlobungsring trug. Es scheint so, als ob Miley und Lyam wieder glücklich sind. Und damit Sie sind. Und damit Sie eine Liedung, die wir haben. Wir machen das, werfen sie schon mal. Ich binINA, die Bedeutung. Ich bin ein bisschen zweitannter und equipierter. So, wie sie es zu jem Netze. Da, wo es ihr viel mehr損üter, ist zu verhalten. Vielen Dank.